Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Genau wie im letzten Video gehen wir heute wieder ein paar Errungenschaften durch. Drei Stück an der Zahl, die man bekommt für einen Eichhontenauftrag. Diesmal handelt es sich dabei um Eichhontenauftrag Prolog, zweite Akt in Mondstadt. Der heißt für ein Morgen ohne Tränen und gleichnamig ist auch die Errungenschaft, wenn man den kompletten Eichhontenauftrag, also Prolog, zweite Akt, komplett abgeschlossen hat, für ein Morgen ohne Tränen. Innerhalb dieses Auftrags gibt es aber noch zwei weitere Errungenschaften. Die eine heißt Ritterlichkeit, die bekommt ihr auch innerhalb des Auftrags, werdet Ehrenritter des Ordo Favonius, also das ist einfach auch automatisch in der Quest enthalten sozusagen. Und die dritte und letzte Errungenschaft ist die Ärgernisse des Ordens. Auch diese Errungenschaft bekommt ihr automatisch, wenn ihr den Eichhontenauftrag Prolog, zweite Akt, komplett abgeschlossen habt. Damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich weiß, die Eichhontenauftrags-Errungenschaften sind irgendwie ein bisschen langweilig, weil man halt einfach alle Errungenschaften da automatisch bekommt, wenn man einfach nur die Quests abschließt. Aber ich will eine Hilfestellung für alle Leute bieten, die es vielleicht noch nicht abgeschlossen haben und sich nicht sicher sind, welcher Auftrag das ist und einfach eine Komplettsammlung für alle Errungenschaften im Spiel anbieten können. Link in der Videobeschreibung zur Playlist mit allen Errungenschaften. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.